willkommen meine freunde zu zum jahr inzwischen schon 37 part von lego city undercover und ihr seht ihr habt das schwein schon runter geholt jetzt hier und wir werden es noch kurz zur kanone reiten ach die ist gleich da gar nicht mal so weit weg müssen auf dem schweine sind damit der hochheben kann warum das bleibt wieder kommen ja ja so ich muss jetzt erst mal hinten gehen und hier wo ich immer noch mal kaputt so wir kommen über den scheiß farmer wieder weg Aber wenn er nicht hier schön ist, Goldenstein, ist das ein Fahrzeug, ah das ist eine Rufsäule, ja die nehmen wir mal gleich mit, da wird gleich mal ein Fahrzeug holen für den Rufing. Oh, hier 10.000er Stein, der jetzt 48.000 Steine, ne 480.000, da 480.000 Steine wert ist. Jetzt gucken, haben wir schon wieder was Neues, ja hier, Justice, ah, der hier ist cool. Rexbrood, der ist cool. Aber hier, Sportbaracken, oh, hatte ich das noch nie gespeichert, oder hatte ich die alle noch gar nicht freigestandet? Doch den müsste ich doch schon gehabt haben, den haben wir doch schon mal freigespielt. Scout, naja. Ah, das hier ist eher ein normaler Durchschnitts-Fälschchen-GT. Arbeiter, Träge, Abschläge, Ah, Truck, ja, der ist cool, der Truck ist cool. Und irgendwie, ja, so. Protektor. Nein, keine Werbung, keine Werbung. Ein Betonmischer. Gibt's hier nicht. Aber hier noch die, hey, Kompaktwagen. Ah, hier ist dieses Oldsmobile, dieser Oldtimer, auch ganz cool, weil ich gar nicht so ein Oldtimer, so ein Oldtimer, Strandpacki, Talos. Und dann haben wir noch hier die, wie heißen die im Moment, Hochdingen, genau. Ah, ich habe schon ein ganzes Fahrzeug freigeschaltet, nicht wahr? Das ist hier, Bulli, ja, der klassische Bulli. Ah, Truck, Monster Truck. Okay. Holen wir uns mal hier, Rex, seine Maschine. Wir lassen es mal in der Farbe, die ist ganz cool. Dann können wir mal den Looping versuchen mit der Maschine. Wow, 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 wow. Ich hätte mir doch gefühlt, dass ein Scheißdinger so rumgekippen wäre. Ist hier noch irgendwas, ich stelle mal kurz ab. Ja, hier ist ein Sprung, den wir doch später machen können, aber im Moment nicht. Ja. Dafür kriegen wir einen Waschwagen. Ja, genau. Und dann werden wir gleich auch nochmal hier die, das ist eine, auf jeden Fall eine Sprungschanze. Ich glaube, hier wird auch wieder nichts drin sein, oder? Dann werden wir mal kurz darüber gucken. 10.000. Ja, Freunde, so gehen die ähnliche Steine. Aber wir werden bald die... Ich weiß jetzt nicht genau, ob das... Oh, das ist jetzt schon wieder laut, Mensch. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das, äh, noch ein... Charakter-Talk, ich weiß jetzt nicht genau, ob das in einer Mission alles durchgeht jetzt, der ganz, das ganze Ende. Aber wir sind praktisch ja am Ende des Spiels. Ich weiß gleich nicht, ob das jetzt wichtig gewesen wäre, den Sprung zu schaffen. Offensichtlich schon, weil wir kommen sonst nicht auf die Insel, verdammt. Ihr seht, kommen wir sonst nicht auf die Insel, verdammt. Oh, das sind Mangroven, dann sieht man das. Diese Luftbootsebäume, die heißen Mangroven. So kann man... Eigentlich jetzt mit dem... Ah, okay. Was? Das geht nicht. Wollt ihr mich verarschen? Man kann nicht mit dem Cosmonaut darüber gehen. Ach, wir haben es geschafft. Ich habe das Spiel ausgedrinkt. Ah, 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 ah. Was haben wir denn hier? Aha. Eine geheime, coole. Oder was immer. Darüber haben wir noch ein anderes Boot. Hector, Boote können wir nicht weiter freischalten. Ich glaube, der ist, äh... Moment mal. Genau, ein weiterer Waldbruch. Genau, haben wir alle aktiviert. Der ist nur der zum Zurückkehren. Ah, seht mal an, Leute. Was hier schönes Arm. Hallo. Es ist... Super-Strahlen-Waffe. Aber die jetzt so genau kann, weiß ich, ob die halt stärker ist oder so. Sind es die Strahlen-Waffe für den Cosmonauten? Ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht. Oder ob die Automat... Wie gesagt, das weiß ich gar nicht, was die kann. Ja, wie gesagt, es gibt für alle möglichen Scheiß so einen super Teil. Nein. Oh, Mann. Ne, ist doch nicht zum Rauskommen. Na gut, dann ist... Ach, ich glaube, das ist um hier wegzukommen wieder, oder? So, kommt man da jetzt hin. Ja, genau, da kommen wir wieder mit weg. Na gut, Freunde. Gucken. Ich nehme mal den Bergarbeiter, der wagt. Ja. Genau. Hier ist ein weiterer Container. Fehlt uns nur noch einer. Das ist gut. Aha. Noch mal Kaffee trinken, Freunde. Ja, wir werden mal gleich mal ein bisschen die Amitmittel, die wir schon mal einen Automaten in der Nähe haben. Wir werden sicher irgendwann welches brauchen. So. Vielleicht haben wir das eigentlich alles schon gemacht, hier. Nee, anscheinend nicht, weil hier fehlt noch. Basketball, mach dich bereit. Mein Nachtisch gestern war göttlich. Drei von drei, meine Freunde. Ich glaube, da haben wir auch jetzt einen Steinweg gekriegt. Ich weiß gar nicht, was für einen Tausender vermutlich, ich weiß es nicht. Jawohl, wieder drei von drei. Sehr schön. Ja, ein Tausender Stein ist jedes Mal auf vier. Sehr schön. Tausender Stein. Oh, gerade so, Freunde. Millimeterarbeit. Jetzt wäre es dann lieben, schade. Oh, oh, wir dürfen nur noch ein, wir dürfen uns keine Fehung mehr leisten. Okay. Es gibt ja einen neuen Versuch. Okay, der hat wieder getroffen. Oh, sehr schön. Gut. Oh, schnell. Das ist schnell. Naja, gut. Mit einem Fehlwurf haben wir es geschafft. Eine Proberunde sozusagen. Man muss sich halt ein bisschen drauf einstellen, dann ist das nicht weiter schwer. Okay. Okay, es gibt hier nur... Aha. Feuergelösch. Rülsgelösch. Drei von 17 haben wir das. Ah, ich glaube, ich habe schon mal welche gemacht. Oh, wenn ich dabei war... Mann. Ich dachte, ich habe sich mal zu schießen müssen, ey. Okay, hier haben wir noch... 50.000... Äh, das machen wir mal später. Tja. Dann habe ich mal hier. Hier ist nichts. Ich glaube, wann habe ich das schon gemacht? Ich glaube, ich glaube, ich habe es nicht mehr gemacht. Ich brauche ihn, Lukas. Scheint schon. Hier ist nichts weiter passiert. Hier haben wir... Rosenwerfen. Fokussiert im Grunde genau wie Basketball. Bloß mit Zeit. Ja. Ja. Aber eigentlich Versuch haben wir noch. Jawoll. Wir haben es geschafft. Heute habe ich echt viel zu tun. Nur Geld. Okay. Dann habe ich das bestimmt schon mal gemacht. Ist egal jetzt. Dann müssen wir halt jetzt noch das große bauen hier. Aber das ist mir jetzt zu teuer. Ja, das will ich jetzt nicht. So. Gucken wir uns noch mal hier kurz um. Da oben drauf ist ein... Hier unten wurde was angezeigt. Ah, das ist ein weiterer... Eine weitere Satzliebenschüssel hier. Okay. Wurde da unten angezeigt. Ah. Ich weiß. Sprengstoff. 40.000. Das ist mir eigentlich aufs Feuer. Ja, daran seht ihr schon, dass wir sehr, sehr viele... noch brauchen werden. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Noch nicht. Noch nicht. Äh, es gibt nur ein oder zwei Kleinigkeiten, die wir noch machen werden. vor die mission starten werden schade hier muss man ja auch rex haben shit fucking car tschuldigung schönes funkeln ins auto ich frage mich was ist da drin da ist ein wort für den farmer pflanzen 25 er war jetzt nicht drin zu tun okay freuen wir gehen jetzt noch wie wäre es einfach noch hier uns das dach angucken wir da hatten wir glaube ich auch noch lange nicht alles hier war nix weiter okay da ist gar nicht wieder hoch wie wäre es mit einer wochenendpause ja da wurde kein teil aber können wir da nur ja natürlich wollt ihr mich denn total verscheißen das gibt's nicht das ist klasse mein gott noch mal ja und ich habe jetzt wie gesagt natürlich höher springen und so weiter hier ist eine katze hier brauchen wir mal den farmer wo ist hier die katze ist die da oben ich glaube so genau so können wir auch das scheiß kaussell dreck durch die kann ja ich glaube ich muss das aufmachen irgendwie dann kann man die kamera nicht freisteuern ah hier ist die katze okay wo ist der feuerwehrmann da ist der feuerwehrmann ja jetzt ist der bauarbeiter wo ist denn der feuerwehrmann hier ja ist ja gut die katze gerettet goldene steine und so weiter okay und wozu ist das hier ich denke ja da muss ja irgendwo wahrscheinlich ein so was sein das wo man das aufmachen kann weil sonst wozu würde das sonst hier sein ja nicht den bauern oder ja nicht den bauern oder ja nicht den bauern oder ich weiß nicht den bauern oder doch gar nicht hier oben vielleicht waren wir denn noch gar nicht hier oben ja ne ne ich glaube immer okay jo ne 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 wir laufen ob es erstes ja ich glaube hier haben wir schon den ersten parcours mit presslufthammer also geht jetzt gar nicht wahrscheinlich weil wir jetzt wegen der mission geht wahrscheinlich hier ist die dritte schüssel dafür kriegen wir jod wie den charakter tocken sehr schön hier 20 und her gut hier ist die porten werden wir aktivieren wir haben das ufo freunde sehr schön ist hier ja hier haben wir das viertel so erobert genau also auf sich können wir sind hier noch nicht machen warum auch immer will spiel noch nicht wahrscheinlich weil wir es will dass wir den auftrag jetzt machen ja gut ich denke mal dann gucken wir erstmal noch hier kurz ich höre ich kann auch nicht machen scheiße ich will uns nicht machen lassen wenn jetzt hingeschleudert wahrscheinlich da wo der trocken ist in der nähe aber wir sind jetzt ganz oben drauf ok naja nützt auch noch nützt ich glaube hier erscheint irgendwann auch mal irgendwas hat wahrscheinlich auch mit einem von diesen dingern dazu na gut wir können halt jetzt nichts weiter machen freunde das heißt wir werden jetzt mal zum shuttle begeben ja dann machen wir später weil wenn wir diese mission durch gespielt haben wir haben jetzt mal den story modus des radio dj dann haben wir zwar die story mission abgeschlossen aber dann können wir erst wirklich alles entdecken das heißt es gibt auch ein paar ein paar geschichten die wir halt wir ja ich hab's ja schon des öfteren erwähnt wegen rex natürlich rex rex fury ist dann freigeschaltet automatisch wenn wir die letzte mission sozusagen erfolgreich abgeschlossen haben und das heißt wir können alle diese dinger die halt mit seiner mit diesem griff verschlossen sind kaputt machen und das heißt wir können wirklich alles sammeln und alles und anschauen und so weiter und ja wir können dann auch zur freiheit statu das geht erst wenn man das spiel also ein rechtsjuhl hat ziel erreicht wir brauchen jetzt 50.000 heißt wir müssen auch ein paar steine sein die will ich natürlich haben da ist eh noch da ist eh noch ups ja natürlich wie auf die andere seite rüber ja 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 hier hier haben wir in den letzten farb äh den letzten container den wir anmalen müssen haben wir alle vier gefunden sehr schön äh natürlich ist hier ganz woanders das ding öhm noch kurz das auto öhm ja der lenkt vorne und hinten coole geschichte ja der lenkt vorne und hinten Ich will natürlich erstmal die Steine haben, bevor ich hier nicht war. Wir haben 80.000, also wir brauchen 130.000. Okay, aber es kann sein, dass ich hier noch öfter mal runterfalle, weil das ist wirklich... Achso. Wirklich nicht einfach. Wir brauchen jetzt den. Okay. Okay. Hier können wir was machen. Oder? Nee, können wir auch nicht. Gelb, Brot, Grün. Gelb, Brot, Blauch, Grün. Der macht... ...ein Stein dahin. Da kommt von hier aus nicht hin. Okay. Number one. Die ersten 10.000. Okay. Okay. 20.000. Und... ... ... ... ... ... ... ... Ich muss die Fahrt schon wieder beenden, meine Freunde. Hilft alles nichts. Aha, 30.000. Einen haben wir schon gesehen. Einen haben wir schon gesehen. Einen müssen wir noch finden. Hallo. 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 Oh, ist wieder hier runter? Da ist noch ein Beamer. Da ist noch einer. Da führt der Beamer hin. Okay. Ich glaub, wir haben alle. Ich sag mir jetzt doch schnell ein und im nächsten Part, meine Freunde, werden wir... ...ein Space Shuttle bauen. Ich hab, ich hab das Technik Space Shuttle von Lego. Cooles Teil. Achso, ja, wir brauchen wieder den Verbrecher. Ein richtig cooles Teil, Freunde. So. So, wir haben alle Steine. Jawohl, 130.000. Tür ist offen. So, ja, also, hier beenden wir den Part. Oh, geh mal da raus, danke. Genau hier auf der Fläche, wo wir die nachher bauen werden. Vielen Dank also fürs Zusehen, meine Freunde. Und beim nächsten Part, wie gesagt, werden wir die letzte Mission starten. Aber das Spiel ist ja noch lange nicht vorbei. Ich werde es sicher auch nicht in einem Part schaffen, davon abgesehen, aber... ...das Spiel ist ja noch lange, lange nicht vorbei. Wir... Wir werden natürlich, äh, noch die Stadt danach weiterkunden. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Ich glaube nicht, dass ich alle, alle Einzelheiten jetzt hier euch zeigen muss. Aber ich will zumindest, die Freiheitsstatue werde ich auf jeden Fall noch zeigen. Und da vielleicht in jedem Viertel mal so ein bisschen eine Folge oder so noch kurz durchziehen. Und vielleicht die interessanten Sachen, wie zum Beispiel die Fahrradzeichenblöcke, die noch fehlen, diese Mario-Sterne und so weiter. Was halt noch so interessant ist, werde ich euch noch ein bisschen zeigen und den Rest so ein bisschen offscreen erledigen. Und ich hoffe, dass ich euch auch die 100% Belohnung dann zeigen kann. Ich weiß noch nicht, wie lange das dauert, das alles zu suchen, aber... Wir werden sehen. Das ist schon wieder viel zu lang, meine Freunde. Tut mir wirklich leid. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Auf Wiedersehen.